Hallo. Alleine waren auch schon da. Die Petra. Die sind halt da rein. Das ist immer mit Aussicht. Ja. Das hat sich wieder doch gehalten. Man hat gedacht, das hängt gar nicht mehr. Das geht gerade noch. Das geht gerade noch. Mein Wetter-App hat gestern Abend gezeigt, dass um 20 Uhr heute Abend ein bisschen erstreben. Okay. Aber wenn du zu früh rausgeguckt hast, hast du gedacht, also bei dem Wind, dann sind wir da schön. Ja. 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 Jetzt gehen wir euch im Frühjahr nochmal. Ne. Ja. Und dann müssen wir ja schon dort sein. Ja. 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 Die T-Shirt für die Buben und so. 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 Das ist so, dass du gerade bist. Oskar Schlegel-Milch Das ist eine sehr schöne Firma. Ja, das muss ich nicht tragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Preis stimmt? Ja. Vergoldet. Das ist echt cool. Das ist gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020